antischwerkraft die dritte oder besser gesagt ein neues tense gravity modell wird heute hier ausgepackt und aufgebaut und damit herzlich willkommen hier bei mir bekehrt ihr seht schon wie ich das teil hier aus packe ordentlich in der luftpolster folie aus china bis bei mich auf den schreibtisch geflogen und dann schauen wir uns das ganze mal an und was wir finden sind wieder einige tütchen kleineres noch ein kleineres und ein größeres tütchen und eine grundplatte quadratisch praktisch gut diesmal in grau letztes mal hatten wir sie in braun davor in blau also dann schauen wir mal hier ist noch mal die kleine anleitung ja der anleitungs zettel kann man hier eigentlich mehr zu sagen wo die ganzen bauschritte dann noch mal beschrieben werden der zusammenbau der ist echt nicht schwierig und so ein set hier ist auch wirklich erfreulich günstig kriegt man so für acht euro schon bei aliexpress zu kaufen ich verlinke euch dass wir immer hier unten in der video beschreibung und dann werde ich das jetzt hier gleich mal auspacken den ersten abschnitt bauen das wird also die grundplatte werden und dann schauen wir mal wie es aussieht und dann kommt natürlich noch der tie fighter und zum schluss der sehr schöne schwebe effekt der natürlich nur ein effekt ist da sich da einfach nur die kräfte ausgleichen und nach kurzem zeitraffer sieht das ganze so aus ich habe ja noch einige teile rumfliegen die nachher noch verbaut werden hier seht ihr noch mal die beiden anderen sets und hier unsere aufgebaute grundplatte und ja grau in grau also ganz viele kleine elemente wurden hier aufgebracht kleine antennen der transparente ständer wo nachher die befestigung stattfindet ist schon da und ja mich erinnert einfach nur an so eine todesstern oberfläche ich denke mal das soll wahrscheinlich die oberfläche von dem todesstern sein ihr seht wir haben unterschiedliche grautöne die hier drin sind und naja so richtig viel erzählen brauche ich nicht außer mir fällt gerade auf hier hat noch ein teil gefehlt ganz oben die kleine fliese als abschluss passt sieht jetzt auch ordentlich aus alter da baut man und baut man und baut man hier kleinkram dort sind die befestigungen an diesen transparenten stäben da werden einmal unten zwei ketten befestigt und dann oben an diesem hals dann noch mal zwei ketten und damit wird dann der schwebe effekt nachher erzielt ansonsten ja ließ sich alles gut verbauen keine klemmkraft schwächen teile waren ordentlich und dann kann man das nachher schön hier dazustellen aber vor dem dazustellen kommt natürlich noch was und zwar hier ich habe schon mal angefangen der tie fighter und das hier ist quasi das cockpit hier die rückseite vorne mit dem transparentteil die vorderseite allerdings da fährt noch eine ganze menge also bauen wir noch die flügel dran und dann sehen wir uns gleich wieder ja flügel nummer eins ist hier schon mal dran ganz cool gemacht mit den umrandungen aber ich wollte euch nochmal gleich hier zeigen wie die flügel auch befestigt werden das sind eigentlich nur solche platten die dann zusammengesteckt werden hinten dran so eine rund platte und dann haben wir hier so eine seitliche noppen aufnahme und da kommt das dann einfach hier so dran gesteckt und dann haben wir gleich schon zwei flügelchen statt nur einem was dann nachher noch fehlt ist hier oben das ganze zu überbauen was allerdings nur eine optische wirkung hat das hält also nicht zusätzlich da es nur an zwei noppen hält aber so sieht das ziemlich cool aus also mit so wenigen teilen finde ich ein sehr ordentlich gut aussehender tie fighter ist das hier geworden und er ist auch stabil und robust was jetzt noch fehlt damit er auch stabil und robust schweben kann sind die ketten vier stück eigentlich acht stück brauchen wir immer zwei stück werden da zusammen gesteckt und die werden dann einmal hier am tie fighter jetzt fixiert und anschließend noch mal an der grundplatte fixiert die werden einfach nur hier angesteckt und dann halten sich eben diese kipp und haltekräfte nachher schön in position ich mache das mal eben flott und dann schauen wir uns das ergebnis an so die ketten baumeln jetzt muss man die natürlich hier noch richtig drüber über diese haltestäbe schieben das geht ganz einfach nur einfach nur hier die ketten enden über die stangen drüber dann schauen dass die auch in die gleichen richtungen schauen und das machen wir natürlich mit den hinteren ketten als auch mit den vorderen und dann heißt es nur noch ja pfoten weg loslassen und schauen wie das teil in der schwebe gehalten wird und das ist hier von den drei modellen auch das stabilste da wir nicht nur drei ketten haben wie bei den anderen beiden sondern vier ketten und da kann man auch ein bisschen hin und her rütteln ohne dass der dann besonders leicht zur seite gibt er ist super stabil hier wie er gehalten wird und ich finde den effekt immer wieder klasse ich mag diese ganzen antischwerkraft modelle hier und habe immer wieder meinen spaß die zu bauen die bauzeit das ist auch nicht lang eine halbe stunde wenn man sich ein bisschen zeit lässt vielleicht noch 40 minuten und dann ist das hier fertig so viele teile sind es ja nicht so ich weiß es gar nicht ich blende euch das mal ein 2300 teile und dann hat man hier so ein kleines teil dann fertig stehen und nachher für das display um es irgendwo hinzustellen ist das eine hervorragende geschichte vor allem wenn man es zu anderen modellen noch dazu stellt hier haben wir eine kleine verfolgungsjagd vorne der y-wing dann der tie fighter und hinten dran kommt dann der x-wing fighter und einen habe ich noch hier bei mir stehen den werde ich auch noch bauen zwei der guten seite einer der schlechten seite also was fehlt noch klar noch einer von den bösen und da habe ich wie gesagt noch einen wenn ihr auch gerne so ein teil hier hättet dann schaut einfach mal in den link oder in die links hier unten in meiner video beschreibung dort könnt ihr die teile günstig erwerben kosten echt nur so acht euro und dann hat man hier echt echt schöne display modelle aus klemm bausteinen in schwebe optik so das wäre es aber für heute von mir gewesen danke fürs zusehen bis zum nächsten mal macht's gut und und Untertitelung des ZDF, 2020